Augen nach oben! Da oben ist er! Da oben ist er! Schießt ihn ab! Gegner! Schießt den Fachpott ab! Das ist richtig schwer ihn zu treffen, oder? Das bringt gar nichts. Warum? Sogar Kollegen stehen sogar hier und schießen auf ihn drauf. Ist das normal? Das geht ja ab, Alter! Was? Was hier drin ist! Ich seh nix! Mir ist hier gar nichts. Wo bist du denn? Bei mir ist hier auf dem Boden was. Hab ich grad weggenommen. Du musst sehen? Ey, ich hab gar nichts, Alter! Ey, das liegt hier auf dem Boden, Alter! Bei mir ist hier nirgends so irgendwas. Ich hab heute hier weggenommen. Ey, ist der Scheiße. Alter, das Spiel ist so verpackt, das glaubt man gar nicht. Ja, das ist krass. Alter!